Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Elektroroller aus dem Hause Inomile. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser faltbare E-Scooter für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum E-Scooter werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Elektromobilität ist nicht nur in Sachen Autos ein Trendthema. Auch Elektroscooter erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Insbesondere in Großstädten werden sie gerne verwendet, um relativ unkompliziert von A nach B zu kommen. Und hier haben wir aus dem Hause Inomile ein interessantes Exemplar am Start, wie ich finde. Mit Blick auf die Ausstattung bin ich insgesamt betrachtet der Ansicht, dass es sich hierbei um ein faires Angebot für einen Elektroroller handelt. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende E-Scooter ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Elektroroller auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Höchstgeschwindigkeit 20 kmh. Das klingt vielleicht gar nicht so viel, aber ich finde, das ist schon ziemlich schnell, wenn man auf so einem Roller steht. Aber klar, kannst du am besten beurteilen, ob das für dich passt. 300 Watt Motorleistung, das ist auch durchaus ordentlich. Design-Technisch sieht er ziemlich interessant aus, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Elektroroller mit diesem Design. Aber Design natürlich auch immer eine große Geschmacksfrage. Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Was diesen faltbaren E-Scooter aus dem Hause InnoMile anbetrifft, bin ich insgesamt betrachtet der Ansicht, dass es sich hierbei um ein faires Angebot für einen E-Scooter handelt. Ob es für dich das passende Exemplar ist und ob du sowas überhaupt gebrauchen kannst, das sind Fragen, die du alleine natürlich am besten beantworten kannst. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum E-Scooter aus dem Hause InnoMile. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Noch einen angenehmen Tag wünsche ich dir. Alles Gute. Ciao.